Hallo, hallo, hallo. Emero hier mit Let's Play Your Level Nummer 17. Mr. Playgumets. Natürlich heißt es Games, aber da steht ein Z. Emero, richtig? Gut, also ich wünsche dir viel Spaß mit meinem Hack. Oder auch nicht. Nett, nett. Da ist ein kleiner Teich in Yoshis Haus. Tipp, benutze Save State, sonst kann die Sache hier ein paar Parts dauern. Ich hatte auch vor, Save State zu nutzen. Und das ist anscheinend das falsche Level. Gut, dann gehen wir nach links. Huhuhuhu. Huhuhu. Huhuhu. Ich dachte schon. Und ein Manchawan, daran haben wir auch noch nicht genug gesehen in diesem Projekt. Ich glaube zwei oder drei schon. Huhuhu, da war der Stern aber ein bisschen sehr kurz. Oh, es geht weiter. Sollte nicht immer so viel... Hö, was, 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 was? Wisse, 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 wisse. Okay, wo war der? Da war der. Da ist noch einer. Huhuhu, das Level scrollt nicht. Und die Blöcke sind dumm. Ich sag mir nicht, dass da ganz viele... Oh nö. Oh nö. Oh nö. Gut, hier geht's rein. Hepp. Huhu. Hallo, Banzaibe. Hepp. 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 Huhu. Ha. Wahahahaha. Aua. G-O. Go. Ja, ähm, das Problem ist jetzt aber... ...dass dein dummes Ding nicht scrollt. Mach ich's mal so. Das war unklug, weil ich, glaub ich, den Yoshi noch brauche. Ich werde das mal testen auf einem neuen Safe State, ob ich das ohnehin kriege. Oh Gott, wie komm ich da jetzt durch? So komm ich da durch. Hepp. Brauch ich den Yoshi noch? Bitte. Oh mein Gott. Oh. Das ist nicht schwer. Da hab ich euch überrascht. Von einem riesigen Kugel-Dings. Banzai gebildet. So. Ach man, diese dummen Cheepcheeps. Ja, jetzt kommt alles... ...alles zueinander und alles bringt mich um. Äh, und jetzt krippier ich an dem Cooper. Der hat nicht meinen Panzer, der kann nicht kämpfen. Hepp. Oh, Banzaibe. No, Banzaibe. No, du nicht. Du auch nicht. Noch ein Stern, noch ein Munchie-Wan. Nom, 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 Wann. Komm. Dopp, 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 dopp. Oh, da, da. Das ist klug, das in die unterste Reihe zu setzen. Man sieht das nämlich so toll aus hier. Und man denkt, oh fuck, ich bin grad abgestürzt. Ich bin tot. Ich muss da oben lang. Scheinbar. Gut. Hepp. Hepp. Und hepp. Und hepp. Und das Level scrollt immer noch nicht. Das ist gerade nicht sehr optimal. Muss nicht da oben lang. Hä? Ah, so. Ah, so. Ich hab's voll raus. Und... Wee! Wee! Das will ich haben! Na! Oh, ich dachte schon, ich muss da jetzt hochhören. Oh, noch ein Munchie-Wan. Nom, 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 Wann. So. Hepp. Unten. Unten. Unten ist ne Sackgasse. Mitte ist... Ne Sackgasse. Und oben ist... Oh mein Gott. Es scrollt. Was ist passiert? Oh, geht die Scrolling? Hä? Oh, er hat das Ziel zu hoch gesetzt. Okay. Ähm. Es tötet mich. Ich sag mir nicht, ich muss dahinter noch weiter oder irgendwas machen. Denn das geht nicht. Yay, für fehlerhafte Levels. Ich finde kein Exit mehr. Und da das Level nicht scrollt, konnte ich auch sonst kein Exit finden. Ja. Schön. Ähm. Und jetzt? Wann machen wir jetzt? Hepp, 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 hepp. Ich hab keine Ahnung. Denn... Ich kann das Level so nicht beenden. Leute, testen. Ich sag's immer wieder. Manjo. Manjo. Das bin ich traurig. Lasst mir wenigstens meine Illusionen. Komm. Yay. Ich bin Emero. Das war das Hektik. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.